50 Jahre und noch nie ist jemand aus Neuford zum Entkommen. Und wir knacken es an einem Nachmittag. Ich kann kaum glauben, dass wir das geschafft haben. Ihr Jungs wart gut. Ich und meine Phantome machen den Rest. Wir erledigen Mengsk und treten seine Liga in den Dreck. Mengsk zu stürzen, war erst der Anfang. Hier geht es darum, eine bessere Zukunft zu schaffen. Versteht ihr nicht? Wir haben gerade jeden Wissenschaftler, Philosophen und Freidenker befreit, der je gegen Mengsk aufbegehrt hat. Das war unser eigentlicher Sieg heute. Bist du wirklich so naiv? Morgen kommt ein neuer Mengsk und danach noch einer. Dein toller Traum von einer besseren Welt ist nur eine Illusion. Wenn alles so trostlos ist, warum bist du denn hier, Tosh? Was springt für dich dabei raus? Das gleiche wie für dich, Bruder. Ich will Mengsk tot sehen. Hier geht es nicht um Rache. Das Ziel unserer Revolution ist Freiheit. Du wirst diese bessere Welt erleben, Matt. Aber für Typen wie uns ist da kein Platz. Bist du schmelzen? Untertitelung des ZDF, 2020